Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute ist wieder reines Jogging angesagt. Es hält mir momentan ein wenig schwer, mich zu überwinden zum Joggen, weil es so schön kalt ist und so schön rotzig draußen. Aber es muss auch mal sein, der Sportkerl alleine tut es nicht. Ein bisschen Kondition in die Beine will ich auch bekommen oder halten vielmehr und deswegen laufe ich ein wenig. Ich bin mit Handschuhen eingepackt, weil es echt scheiße kalt ist. Aber gut, wir gucken mal. Achso, mehr nach dem Intro. Ich möchte so ungefähr 45 bis 50 Minuten laufen heute und dazu ist ganz schön Überwindung gefragt gerade, weil es mir nicht leicht fällt. Ich habe keinen Bock auf Laufen, aber Bock ist nicht die Frage. Bock ist nicht die Frage. Auch für dich da draußen. Bock ist nicht die Frage. Was tun muss man. Irgendwas muss man tun. So, und deswegen gehe ich raus und laufe ein bisschen, weil es die Abwechslung gibt zu dem Trainingskeller. Weil Trainingskeller immer ist stinkelangweilig auch. Ich habe überlegt, ob ich Fahrrad fahre. Fahrradfahren ist auch nicht so geil. Aber heute hat es uns keine Alternative geboten. Deswegen laufen. Deswegen ist laufen, haben wir gesagt. Wenn ich gleich hier weiter bin, bin ich jetzt schon eine Viertelstunde unterwegs. Wir gucken mal, wie es hier weiter geht. Ich bin jetzt gut 35 Minuten unterwegs und es quält mich total. Scheiß gelaufe. Deswegen habe ich jetzt entschieden, ich bin in 5 Minuten ungefähr da an der Kurve, wo ich zu Hause bin dann, habe ich entschieden, ich gehe nochmal in den Trainingskeller. Mache nochmal ein paar Übungen im Trainingskeller. Weil es mir einfach zu kalt. Hashtag mi mi mi. Scheiße. Naja. Aber 35 Kilometer, äh 35 Kilometer. 35 Minuten, beziehungsweise dann 40 Minuten sind schon mal ganz ordentlich für den Null-Bock-Tag beim Jogging. Und dann gehe ich nochmal in den Trainingskeller und dann ist alles gut. Also, ich melde mich aus meinem Trainingskeller. Bis gleich. Zurück in meinem Trainingskeller. Jetzt wird nicht lang gelabert, sondern einfach nur trainiert. Ich mache ein paar Übungen und die Musik geht jetzt los. Ich mache ein paar Übungen und die Musik geht jetzt los. Ich macheallerei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das soll für heute mein Training gewesen sein. Alles gut. Am Ende nochmal hier mit Gewichten gearbeitet. Ungefähr 40 Minuten laufen gewesen. Und dann nochmal 5 oder 6 Übungen gemacht. Keine Ahnung. Kann man dann nochmal nachverfolgen. Mein heutiger Sportblog endet hiermit. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Sieht gerade nicht so aus. Aber ich freue mich drauf.